Apropos Einsamkeit von Erich Kästner Man kann mitunter scheußlich einsam sein. Da hilft es nichts, den Kragen hochzuschlagen und vor Geschäften zu sich selbst zu sagen, der Hut da drin ist hübsch, nur etwas klein. Da hilft es nichts, in ein Café zu gehen und aufzupassen, wie die anderen lachen. Da hilft es nichts, ihr Lachen nachzumachen, es hilft auch nicht, gleich wieder aufzustehen. Da schaut man seinen eigenen Schatten an, der springt und eilt, um sich nicht zu verspäten und Leute kommen, die ihn kühl zertreten. Da hilft es nichts, wenn man nicht weinen kann. Da hilft es nichts, mit sich nach Haus zu fliehen und, falls man Brom zu Hause hat, Brom zu nehmen. Da nützt es nichts, sich vor sich selbst zu schämen und die Gardinen hastig vorzuziehen. Da spürt man, wie es wäre, klein zu sein. So klein, wie nagelneue Kinder sind. Dann schließt man beide Augen und wird blind und liegt allein. so klein. So klein. So klein. 10. 10. 23.